So, hallo alle miteinander. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute eine alte Bekannte. Halli, hallo. Hallöchen. Es könnte super witzig werden, weil wir wissen ja, es gibt hochsuggestible Leute und es gibt, ach ja, schlaft, tief und fest. Sieh. Also, bleib dran. Kannst du mal die Hände so falten, wie beim Beten in der Kirche, nach vorne ausstrecken, einmal auf die Daumenspitze gucken. Du spürst genau jetzt, wie die Augen immer schwerer werden und schlaft tief und fest. Bei drei kannst du die Augen öffnen. Das Wort Danke ist die größte Beleidigung, die es gibt. Und beim Wort Hypnose musst du einfach nur noch lachen. Das ist das witzigste Wort auf diesem Planeten. Eins, zwei, drei. Hör mal die Augen auf. So, dir geht's gut. Ready für die Hypnose-Session. Hypnose ist eine krasse Sache, ne? Macht nicht die Laune. Dafür herzlichen Dank, dass du heute hier bist. Willst du mich eigentlich verarschen? Ich wollte mich nur bedanken, dass du dich heute... Willst du... Irgendwann ist gut. Aber du lässt dich doch heute hier hypnotisieren. Ja, und dafür Dankeschön. Kannst du damit aufhören? Aber du machst doch die Hypnose. Nein, ich finde das nicht witzig. Aber die Hypnose? Ja, die... Die ist witzig, ne? Ja. Ja, das ist super. Danke dafür. Willst du mich... Ja, ich kann... Nein. Jetzt mal ganz herzlich... Nein, das muss ich mir nicht... Aber danke... Nein, das muss ich mir jetzt nicht geben lassen. Aber es ist doch nur Hypnose. Ja, das ist voll geil. Ja, das ist voll geil, ne? Schlaft tief. Und fest. Zwei, drei. Einmal die Augen auf. Setz dich mal einmal kurz hin. Geht's dir gut? Ja. Ja, ja. Dir geht's gut, ja. Sehr gut. Na, haben wir heute wieder schon ordentlich Party gemacht? Ja. Ja, ja. Geht's gleich noch weiter in die Kölner Innenstadt? Klar. Natürlich, das habe ich geahnt. Ring drauf, ring runter. Ring runter, so gehört sich das, Tuba, das ist genau richtig. Und was ist deine Lieblingsbar in Köln? Ähm, die, ähm, Harry's New York Bar. Ja, ich empfehle euch mal The Grid Bar, Cocktail Bar, The Grid. Geilster Laden überhaupt. Mein Lieblingsbar. Dir geht's gut? Kannst du mal versuchen, die Augen zu schließen und deine Nase zu treffen? Fast. Ja, fast getroffen ist. Aber würdest du sagen, du bist gerade besoffen? Nee. Nee, nee, glaube ich, glaube ich, glaube ich auch nicht, glaube ich auch nicht. Also du siehst doch super nüchtern aus. Darf ich mal? Deine Hand, falls du sie noch trittst und hochheben kannst. Ja, dreht sich alles. Ist nicht schlimm, kommt schon mal vor. Ja, geht's gut? Guck ich mal an. Hier bin ich. Hallo. Schlaf. Tief. Und fest. Aber du kannst nur noch Chinesisch reden. Alles, was aus deinem Mund kommt, ist, also du denkst zumindest, dass es Chinesisch ist. Und, ähm, ja, das klingt sehr, sehr witzig. Eins, zwei, drei. Einmal die Augen auf. Geht's dir gut? Ding. Ja. Ähm, Tuba, wir machen ja jetzt noch eine kleine Hypnose-Session. Das wird super witzig. Hast du dich schon mal hypnotisieren lassen? Was sind so deine Erfahrungen mit Hypnose? Ah ja, ja. Kannst du mal einen Witz erzählen? Der war schlecht. Egal. Was? Ja, so ist das. Schlaf. Tief. Du unterließt deiner optischen Halluzination. Und deine Cousine in der Ecke hat auf einmal richtig große, hässliche Mickey-Maus-Ohren. Die sind so hässlich. So was Hässliches hast du noch nie zuvor in deinem Leben gesehen. Wenn du deine Cousine siehst, musst du einfach nur noch lachen und du kannst nichts dagegen machen. Oh mein Gott, ist die hässlich. Eins, zwei, drei. Einmal die Augen auf. Guck mal nach da. Tja genau, was ist denn los? Nimmst du gerade auf? Ja, dann dreh die Kamera mal zu dir. Warum? Guck dich doch mal an. Siehst du das? Kannst du mal so machen an deinem Ohr? Dann hat dir deine Ohrrie gerottet. Das ist einfach die schäbigste Lache, die ich kenne. Wirklich. Mein Ekelhaft. Ja, ich wollte gerade sagen, sie mag dich. Boah, bist du hässlich. Wer ist sie denn überhaupt? Das ist meine Cousine. Boah, guck mal. Die kommt sich doch so toll vor. Mit den Dumbo-Ohren. Ich weiß gar nicht, ob das Dumbo oder Mickey-Maus, was das passt. Oh Gott. Die kannst du nicht feststecken. Wenn ihr mehr Videos vorsehen wollt, dann folgt mir hier auf dem Channel. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ciao, ciao. Und wir sehen uns nächste Woche wieder.